Ich lerne Deutsch. Nummer 10.532 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Während des Spaziergangs haben wir eine lebhafte Diskussion darüber, welche Blumen wohl die schönsten sind. Mobiltelefone vereinfachen die Kommunikation und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ich nehme Ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Sie werden für einen Termin kontaktiert. Ich nehme Ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Sie werden für einen Termin kontaktiert. Ich verstehe immer noch nicht, wie man diese Software richtig benutzt. Ich bin in unserem Unternehmen für die Buchhaltung zuständig. Wir arbeiten nur mit der neuesten Software. Ich bin in unserem Unternehmen für die Buchhaltung zuständig. Wir arbeiten nur mit der neuesten Software. Ich bin in unserem Unternehmen für die Buchhaltung zuständig. Wir arbeiten nur mit der neuesten Software. Von nun an werde ich dich genau beobachten. Von nun an werde ich dich genau beobachten. Jede Tätowierung hat für mich eine besondere Bedeutung. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns die Anwendung. 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 Und dann gib uns die Anwendung.